Vor kurzem war ich ja noch in der Produktionsstätte in Freiwalde und habe gesehen, wie die ganzen Hauselemente, die Wände auf den Lastwagen gelagert wurden. Und jetzt zu sehen, wie sie hier vom LKW auf meinen Keller draufgestellt werden, ist einfach Wahnsinn. Vor allem, wie schnell das funktioniert und wie präzise hier auch gearbeitet wird, ist einfach unvorstellbar. Und zu wissen, dass heute Abend die Decke draufkommt, dann das Obergeschoss und das alles in zwei, drei Tagen ist brutal. Und ich freue mich einfach, das Ganze hier zu beobachten. Ich bin als Turner ja Präzision gewohnt. Und wäre ich jetzt hier Wertungsrichter, würde ich dem ganzen Team natürlich nur die Bestnote geben. Allein mit dem Kran, diese Riesenwände millimetergenau da oben einzulegen, ist der Wahnsinn und zollt größten Respekt. Ja, ich kann es einfach nicht fassen, wie schnell hier diese Hausmontage abliefe. Am ersten Tag kam ich ein bisschen später am Vormittag und schon stand das Erdgeschoss. Am zweiten Tag dachte ich, ich komme ein bisschen früher, aber das Obergeschoss war dann auch schon fertig. Und jetzt am dritten Tag stehe ich hier oben auf dem Dach. Und das Haus, ich konnte mir die Dimensionen im Vorfeld gar nicht vorstellen anhand der Pläne. Das ist so groß, es ist Wahnsinn, einfach nur toll. Und das Haus, ich wollte es gerne anb…" Vielen Dank.